Hey du! Hey! So mancher wurde in Leon, dabei durch den Kakao gezogen und hat den Rest des Jahres dafür. Hey du! Hey du! Hey du! Der Foschin ist bei uns beliebt, der Spaß versteht, der feiert mit. Hey du! Hey du! Hey du! Es kommt die Stimmung auf dem Nu, die ganze Stadt ruft nur Hey du! Hey du! Hey du! Hey du! Hey du! Hey du! Liebe Nernern und Narren, die Faschingsgilde Leoben präsentiert! Hey du! Hey du! Hey du! Hey du! Es kommt die Stimmung auf dem Nu, die ganze Stadt ruft nur Hey du! 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 Es kommt die Stimmung noch in Du Der ganze Stoff tritt nur Hey Du Und deshalb rufen wir dir zu Von her zu uns und sing Hey Du Hey Du Die Stoff tritt nur Hey Du Die Stoff tritt nur Hey Du Untertitelung. BR 2018 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 Und ich bin stolz auf unsere Stadt, dass wir die Feste so feiern, wie sie fallen und dass wir lachen können miteinander und übereinander. Und in diesem Sinne einen wunderbaren Faschigendienstag, einen wunderbaren Faschigungsumzug in Leoben. Hey Du! Danke dir, lieber Kurt. Untertitelung. BR 2018 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 rucktar Köln und Plymouth iga Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wir starten mit der Nummer 20, der Götzler Musikverein ist wie alle Jahre mit dabei. Wir starten mit der Nummer 20, der Götzler ist wie alle Jahre mit dabei. Genau, den Zaubertreib, den brauchen wir alle. Kosten! 24, das ist die Prolema-Sinn-Gemeinschaft. Wir haben euch schon bewohnt an dem Projekt, ganz eine tolle Maske, wirklich super. Danke, danke, bis uns in Leoben. Hey du! Schau, der Bürgermeister kriegt ein Herz an. Keine Frage. Na ja, klar. Ist ja logisch, oder? Für das haben wir ja in der Mitte stehen heute, oder? Ich hoffe, das ist nicht nur mein Herz, es wird ja auch noch kommen. Weil letztes Mal bin ich in der Mitte gestanden, aber ich bin so geduscht worden immer. Man denkt, stell mir gescheit den Bürgermeister in die Mitte. Und ich stehe neben dem Bürgermeister. Merkel lassen grüßen, heute am Hauptplatz in Leoben. Hey du! Die Merkel, da merkt man, die geht schon langsam in Pension, gell? Der Trump und der Putin noch nicht. Ja, ja, da, da. So, die Stadt Nummer 27. Oh, Petrol, mit der Stadt Nummer 27, Edu. Mit der Stadt Nummer 5, unser Göser-Tranalm, Edu. Na ja, wie wenig ist das? Der Bürgermeister hat schon lange nichts mehr zum Treten gehabt. Prost, Herr Bürgermeister, aufmachen. Mit der Stadt Nummer 4, eine Einzelmaske, unser Eisbär. Die letzte Eisscholle am Hauptplatz in Leoben mit der Stadt Nummer 4. Am Hauptplatz in Leoben, beim Faschenzugzug, mit dabei, mit der Stadt Nummer 11. Heddu! Heddu! Heddu, freut uns, dass ihr mit dabei seid! Ja, ja, ja! Habt ihr euch das vom Klarmann ausgeliefert? Na, bitte sehr! Das ist das Trainingsgerät! Ja, klar, das Trainingsgerät! Für Bürgermeister! Zum Wohlsein, Herr Bürgermeister! Das war ich! Das war ja der Unkelachter! Und mein Bürgermeister nicht auf der Bühne versenkert ihn heute! Oh, das ist dein Tag! Oh, das ist alles, was kann ich denn er? Oh! Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020